Langsam stapfe ich mit meinen Stiefeln über den Boden. Er ist vom Regen aufgeweicht und ich bin Vater unterwegs, um Holz in unser Lager im Dorf zu bringen. Gebrochen ist für das alljährliche Dorffest. Mein Vater ist Holzfäller und für die Holzversorgung bei uns zuständig. Sein Name ist Glasforschlag und ich heiße Noelforschlag. Seit einigen Tagen bin ich endlich 16. Lange Zeit dachte ich, dass dies etwas Schönes sei, bis mein Vater mich darauf hinwies, welche Pflichten ich habe. Mit 16 Jahren erreichen wir die Volljährigkeit und sind eine neue Arbeitskraft für die Gemeinschaft. Ab sofort unterstütze ich meinen Vater täglich bei der Arbeit. Überzeugt mich davon aber nicht und habe andere Ziele. Eines Tages werde ich ein Entdecker sein und jeden Ort bereisen. Leider weiß ich nicht, wie viele Orte es gibt und wie groß die Welt ist. Mein ganzes Leben verbrachte ich bisher in diesem Dorf und dem Wald, der uns was vollständig umringt. Noel, etwas schneller bitte. Du träumst doch schon wieder. Wir sind bereits zu spät und du weißt, wie deine Mutter reagiert, wenn das sorgfältig vorbereitete Essen kalt wird. Es ist schließlich schon Mittag. Ja, ich komme schon. Der Boden ist zu weich. Ich habe das Gefühl zu versinken mit dem ganzen Holz auf meinem Rücken. Vater stört das Gewicht vom Holz nicht. Durch seine tägliche Arbeit im Wald hat er im Gegensatz zu mir eine kräftige Statur. Wie üblich trägt er eine dunkelgrüne Hose und ein rot-schwarz kariertes Hemd. So einen starken Regen hatten wir schon lange nicht mehr gehabt. Der Boden mag matschig und schwer begehbar sein, aber die Wasserspeicher im Dorf sind jetzt wieder gefüllt. Die Medaille hat immer zwei Seiten, mein Sohn. Er lächelt mich an. Belehrende Sprüche sind seine Spezialität. Es scheint, als würde er nur darauf warten, mir die nächste Lebensweisheit beizubringen. Wichtig dabei, sie wird mit mein Sohn beendet. Ich schließe zu ihm auf, gebe eine nickende Geste von mir und wir stapfen den Weg im Duett weiter. So gern mir mein Vater Ratschläge gibt, wenn ich ihm eine Frage stelle, blockt er ab. Es folgt die Aussage, da bist du noch zu jung für, mein Sohn. Ich kann diesen Spruch nicht mehr hören. Ein Beispiel ist die Geschichte um die Gemeinschaft im Wald. Ihr umringt uns und ich habe ihn nie verlassen. Mein Dorf heißt Valan und ist nach dem Ratsoberhaupt benannt. Valan-Brenscha. Neben unserem Dorf gibt es im Wald zwei weitere Dörfer. Sie heißen Sunas und Istal und haben ihre Namen von den anderen Ratsoberhauptern. Istal-Brenscha und Sunas-Brenscha. Sie sind alle drei Brüder. Drillinge, um genau zu sein. Wir nennen den Wald den Westwald, wobei ich mich dabei immer frage, wenn dies der Westwald ist, was befindet sich dann östlich von ihm? Der Ostwald? Oder doch etwas ganz anderes? Das einzige, was ich außer dem Wald erblicke, sind die Berge, welche sich von unserem Dorf aus über die Baumkronen erstrecken und das Meer im Westen. Ich stelle mir oft die Frage, ob es andere Menschen außerhalb des Waldes gibt. Dies erzählt mir Vater aber erst an meinem 18. Geburtstag. Vorher bin ich zu jung. Ich halte diese zwei Jahre nicht mehr aus. Wir haben häufiger versucht, uns aus dem Wald zu schleichen. Ein Ende war bisher nicht in Sicht. Aus dem Dorf führen viele Wege und Pfade. Auf dem Holzpfad transportieren wir das Holz. Da der Holzplatz abseits des Dorfes südlich liegt, ist das unsere Transportroute und der tägliche Arbeitsweg meines Vaters. Hier sind wir in diesem Moment. Die Erkundungsversuche der Jugendlichen finden auf dem Warlahnpfad statt. Erst im Nordosten des Dorfes. Die Erwachsenen benutzen diesen Weg und kennen mit Nahrungsmitteln und Gegenständen wieder. Es ist für uns eine Mutprobe, den Pfad zu erkunden. Wenn sich jemand nicht mehr weiterwagt, legt er eine persönliche Markierung aus Steinen abseits des Pfades ab. Meine ist eine Sonne. Aktuell führe ich und habe es bis zu dem Punkt geschafft, an dem sich der Warlahnpfad mit einem anderen Weg schneidet. Da ich damals schon eine Weile unterwegs war und es dämmerte, habe ich mich entschlossen, umzukehren. Beim nächsten Mal werde ich es weiter schaffen. Ich muss nur etwas früher losgehen. Der komplizierteste Teil ist dabei leider, dass die Erwachsenen davon nichts mitbekommen. Meine Eltern geben mir Hausarrest, wenn sie von der Mutprobe hören. Vater ist bei dieser Sache streng. Ich habe das Gefühl, dass er mein unaufhaltsames Interesse an der Welt da draußen bemerkt hat. Ich frage ihn dazu häufig. Eine zufriedenstellende Antwort erhalte ich leider nie. Das erinnert mich daran, dass ich ihn länger nicht darauf angesprochen habe. Sag mal, Vater, woher kommt die Kohle und das Eisen, das der Vater von Anna immer in seiner Schmiede verwendet? Nicht schon wieder, Noel. Ich habe dir doch schon oft genug gesagt, dass du dich noch gedulden musst. Erstmal lernst du die Grundlagen für die Mitarbeit im Dorf. Genau wie erwartet. Ich hoffe, die Götter verzeihen mir die folgende kleine Lüge. Der Vater von Anna meint, es kommt von den Menschen hinter dem Wald. Sie leben in den Bergen, die man vom Dorf aus erkennen kann. Er hat was gesagt? Hör nicht auf sein Gerede. Sei einfach geduldig. Dann erzähle ich dir bald alles. Glaub mir, das ist nur zu deinem Besten. Wir gehen nach dem Essen zu Anna. Ihr habt euch doch verabredet, oder? Da werde ich mal mit ihrem Vater über dieses Thema sprechen. Die einen solchen Unsinn zu erzählen, ist nicht in Ordnung. Vater schüttelt den Kopf und stafft weiter durch den matschigen Boden. Das Treffen mit Anna habe ich fast vergessen. Der Abschied von Hannelore steht bevor. Sie ist eine Art so rosa und wird morgen auf dem Dorffest zubereitet. Das sind kleine bunte Vögel, die wir bei uns im Dorf züchten. Wir haben Hannelore seit ihrer Geburt gepflegt und unsere Eltern angepflegt, dass sie nicht geschlachtet wird. Aber Wölfe haben vor kurzer Zeit viele Vorräte geplündert und dabei Tiere getötet. Thorwald, unser Jäger, nimmt sich heute des Problems an. Wir nennen ihn den Wolfsflüsterer. Er kennt als einziger ihren Bau und bringt dem Rudel Nahrung, damit sie uns meistens in Ruhe lassen. Erstaunlich, wie er diese Tiere im Griff hat. Einen hat er schon mal mit ins Dorf gebracht. Ratsoberhaupt Valan war nicht erfreut und hat es ihm direkt verboten. Dabei war der Wolf extra mit einem ledernden Maulkorb ausgerüstet. Anna hat ihm sogar über sein Fell gestreichelt. Sie und ihr Vater sind unsere Nachbarn. Ihre Mutter ist vor vier Jahren gestorben. Es war eine schwere Zeit für sie, aber ich habe immer versucht, sie aufzuheitern. Heutzutage lacht sie wieder gern und ist eine freche Persönlichkeit. Sie ist ebenfalls 16 Jahre alt und sogar zwei Monate früher geboren. Ihr Durst nach Wissen kennt keine Grenzen. Während ich die Welt da draußen entdecken will, ist sie eher darauf fokussiert, sie bis in das kleinste Detail zu verstehen. Gemeinsam haben wir das Ziel, aus dem Wald zu entfliehen und mehr von der Welt zu sehen. Und da sind wir schon. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Wir haben die Dorflichtung fast erreicht. Der Dorfplatz in der Mitte ist mittlerweile erkennbar. Daneben steht das Wirtshaus. Dort treffen sich die Erwachsenen häufig am Abend und erholen sich vom langen Arbeitstag. Es ist der Treffpunkt für die Ratssitzungen. Da betreffen sie Entscheidungen für die Zukunft des Dorfes. Den Kindern ist die Teilnahme nicht gestattet. Die Erwachsenen stellen Wachen auf, damit wir nicht lauschen. Neben dem Wirtshaus ist die Kirche. Der Glaube und die Religion ist ein weiterer wichtiger Aspekt im Dorf. Meine Mutter lehrt mich täglich die Lehre der Götter. Sie wachen über uns und schenken Kraft in der Not. Anna und mein Vater sind davon nicht überzeugt. Ich glaube dafür fest an sie. Meine Überzeugungsarbeit hat bei beiden bisher leider keine Früchte getragen. Es ist so schwer ihnen das zu erklären, da sie für alles einen Beweis benötigen. Aber wie schaffe ich das? Wie belege ich, dass ich die Götter fühle oder von ihnen träume? Im Dorf angekommen, biegen wir direkt auf den Rundpfad ab. Er umkreist es und die meisten Wohnhäuser sind an ihm platziert. Am Rand gibt es eine Vielzahl von Dorffallen. Sie dienen zum Schutz vor gefährlichen Tieren. Es sind Stolperfallen, die bei Berührung Geräusche erzeugen. Und Fallgruben, welche nicht immer funktionieren, wie der Vorfall mit den Wölfen im Stall gezeigt hat. Manche sind mit Holzfälen ausgestattet und nicht ungefährlich. Bisher ist aber niemandem etwas passiert. Die Wachsen sind, wie sonst, wachsam und vorsichtig. Ich sehe das Lager vor uns. Wir haben es, zur Freude meines gesamten Körpers, geschafft. Es ist ein Gebäude direkt neben unserem Haus. Davor ist eine Vielzahl an Holz und Werkzeugen. Es liegt verstreut auf dem Boden und Tischen. Mein Vater hat seit einigen Jahren die komplette Ordnung in seinem Lager verloren. Das plant er in den nächsten Wochen zu beheben. Ich soll ihm dabei, wie immer, unterstützen. So gern ich meinem Vater helfe, wäre ich lieber auf Entdeckerkurs. Bei der Arbeit eines Holzfällers gibt es nach kurzer Zeit leider nichts Spannendes zu sehen. Das Schönste sind die Herzblattbäume in unserem Wald. Ihre Krone ist wie ein Herz geformt. Sie wird von einem eingedrehten, braunen Stamm getragen. Mein Vater flucht gerne über sie, weil sie schwer zu fällen sind. Dafür ist das dazugehörige Herzblattholz, stabil und perfekt für den Bau geeignet. Es bleibt selbst bei Regen trocken und weicht nicht auf. Die Blätter vom Herzblattbaum sind ebenfalls in einer grünen Herzform. Zu einem Überfluss ist die schwarze Pikfrucht wie ein umgekehrtes Herz geformt. Sie hat eine desinfizierende Wirkung bei Wunden und beschleunigt den Herzprozess. Der Baum ist aufregend für einen Entdecker und Anna gefällt er ebenso. Es gibt in der Welt dort draußen aber weiteres zu erkunden, das uns die Erwachsenen verbieten. Ich halte diese Verbote nicht mehr aus. Wir haben es geschafft, Noel. Ich bin stolz, dass du durchgehalten hast. Ich nehme dir das Holz gleich ab. Beim nächsten Mal nehmen wir den Karren, dann ist der Transport einfacher. Warum haben wir denn den Karren heute noch nicht benutzt? Das wäre doch langweilig. Beim ersten Mal wollte ich, dass du fühlst, wie unsere Vorfahren damals Holz transportiert haben. Du wolltest doch immer Entdecker sein. Heute konntest du entdecken, wie vor unserer Zeit gearbeitet wurde. Ich verzichte auf weitere Diskussionen und schweige lächelnd. Den Entdecker waren, für seine Zwecke zu verwenden, ist keine neue Begebenheit. Vor einiger Zeit hat er einmal seine liebste Holzachst Judy gesucht. Da kam es dann zur Aussage, dass ich sie doch entdecken solle. Am Ende lag es in den Tiefen seines unordentlichen Lagers. Nachdem wir das Holz vollständig verstaut haben, begeben wir uns gemütlich zum Haus. Ich rieche das Essen von Mutter. Es gibt Gemüsesuppe. Der Regen hat mittlerweile nachgelassen. Unser Haus ist nicht wirklich ein Fund für einen Entdecker. Es besteht vollständig aus Holz und ist nahezu rechteckig geformt. Genauso wie annähernd jedes andere Haus in unseren Dörfern. Um die Wärme im Inneren zu halten, sind die Holzwände mit einer kräftigen Schicht Stroh gedämmt. Es ist aber nie kalt im Westwald, die Temperaturen sind angenehm. Wir öffnen die Tür zu unserem Haus. Ein warmer Luftzug kommt uns entgegen und wir treten in den trockenen Wohnbereich ein. Da seid ihr endlich! Ich habe heute doch extra die Gemüsesuppe gemacht, die mögt ihr doch so gern. Ich lächle sie erschöpft an und freue mich über das Gericht. Ich liebe diese Suppe. Es ist angeblich ein Geheimrezept der Familie. Mutter heißt Selina. Sie trägt ein schlankes, langes Kleid. Schlaufen und Leinen halten es an ihrem Oberkörper zusammen. Ihr blondes Haar verläuft glatt bis auf Brusthöhe an ihren Schultern entlang. Wie siehst du überhaupt aus, Noel? Lars, ich habe dir doch gesagt, du sollst es am ersten Tag nicht übertreiben. Der Junge kann das ab. Er wird zu einem richtigen Forstschlag. Vater wollte unbedingt, dass wir das Holz ohne Karren hertragen. Darum hat es so lange gedauert. Wie bitte? Du hast den armen Jungen das Holz auf seinem Rücken tragen lassen? Musst du den Bogen immer so überspannen? Wie gesagt, Selina. Der Junge kann das ab. Er ist ein Forstschlag. Jetzt lass uns endlich essen. Ich verhungere hier noch. Mutter, soll ich dir auch eine Kelle auf den Teller machen? Gerne, mein Sohn. Lars, ich habe den Brief gelesen. Wir müssen unbedingt noch einmal sprechen. Selbst wenn du nicht zustimmst, sollten wir wenigstens Noel endlich mehr erzählen. Findest du nicht? Wie bitte? Auf keinen Fall, Selina. Wir haben alle zusammen beschlossen, dass wir warten, bis die Kinder 18 Jahre alt sind. Worum geht es? Was wollt ihr mir erzählen? Wollt ihr mir etwa endlich erzählen, was sich außerhalb des Waldes befindet? Darf ich sie endlich sehen? Ich spüre, wie mein Herz vor Aufregung schneller schlägt. Ist es jetzt endlich soweit? Mutter scheint besorgt nach der Reaktion von Vater. Diese haut schlagartig auf den Tisch, wodurch seine Suppe fast vom Teller läuft. Selina, jetzt fängst du auch schon damit an. Es reicht mir schon, dass der Vater von Anna den Kindern so einen Unfug erzählt. Was? Norbert hat etwas erzählt? Weiß Anna es schon? Nein, natürlich nicht. Davon gehe ich jedenfalls aus. Er hat erzählt, dass es Menschen außerhalb des Waldes gibt. Ich weiß nicht, wie er zu so etwas kommt. Ich werde gleich mit ihm sprechen, wenn ich Noel zu Anna bringe. Wir haben so lange gewartet. Die Kinder haben es verdient, es langsam zu erfahren. Ja, wir haben es verdient. Selina, nein. Diese zwei Jahre wird der Junge auch noch durchhalten. Das werde ich bestimmt nicht mehr durchhalten. Ich will endlich wissen, was es dort draußen alles gibt. Warum solltet ihr damit zwei Jahre warten? Es macht gar keinen Sinn. Du willst wissen, was es da draußen gibt? Bitte. Stell dir einfach das Schlimmste vor. Es ist weitaus schrecklicher. Hier im Dorf ist dein Zuhause. Hier hast du Frieden, Freunde, eine Gemeinschaft, Nahrung. Alles, was ein Mensch zum Leben benötigt. Ich ertrag dieses ewige Verlangen nach der Außenwelt nicht mehr. Vater erhebt sich und verschwindet in einem der Hinterzimmer. Schrecklich? Was meint er damit? Verunsichert frage ich bei Mutter nach. Stimmt das? Dein Vater übertreibt ein wenig. Schrecklich ist das falsche Wort. Sie ist definitiv anders als alles, was du dir vorstellen kannst, Noel. Aber die Götter haben dich gesegnet. Ich bin mir sicher, dass du allen Gefahren und Versuchungen standhalten wirst, die dort auf dich lauern. Du bist noch jung und wirst noch viele eigene Entscheidungen treffen. Auch falsche. Das bringe ich deinem Vater auch noch bei. Für den Moment lassen wir das Thema besser ruhen. Ich gebe mich mit einem zustimmenden Ton zufrieden und räume das Geschirr in den Küchenbereich. Ich mache heute den Abwasch. Ruhe du dich aus, Mutter. Du bist so gut zu mir, Noel. Dafür danke ich dir sehr. Anna? Während sie sich auf unsere gemütlichen Strohballen in der Wohnecke legt, begebe ich mich mit einem Eimer auf den Weg zum Wasserspeicher. Er ist direkt neben dem Haus. Ein Behälter aus Eisen und anderen Arten von Metallen, der vor jedem Haushalt im Dorf steht. Er sammelt das Regenwasser auf und filtert es zu einem trinkbaren Zustand. Anna sagt immer, dass im Regenwasser zu viele Keime und schädliche Inhaltsstoffe sind. Daher wird das Wasser vollständig davon gelöst. Wie der Speicher dies umsetzt, ist aber selbst Anna unbekannt. Er wird nicht in unserem Dorf hergestellt. Anna und ich müssen unbedingt herausfinden, woher der Speicher stammt. Nachdem ich mich um den Abwasch gekümmert habe, gehe ich auf mein Zimmer. Noel, wir müssen bald los. Ruhe dich nicht zu sehr aus. Ich nicke ihm zu und lege mich im Zimmer auf mein Bett. Hier gibt es nichts zu entdecken. Es gibt ein Bett, einen Schrank und einen kleinen Tisch mit einem Stuhl. An dem Tisch habe ich immer meine Schularbeiten erledigt. Die Zeiten sind jetzt vorbei, da wir ab dem 16. Lebensjahr nicht mehr zur Schule gehen. Wie erwähnt, beginnen wir ab diesem Alter damit, unseren Eltern bei der Arbeit zu helfen. Zum einen bin ich froh, dass ich Frau Hammelblatt nicht mehr nahezu jeden Tag erlebe. Zum anderen bin ich aber auch traurig, da das Gefühl entsteht, dass ich nicht täglich etwas Neues lerne. Im Vergleich zu Anna fühle ich mich aber gut. Sie ist schon so weit, dass sie sich selbstständig Hausaufgaben ausdenkt, um das Gefühl der Schule aufrecht zu erhalten. Speziell im Rechnen ist sie unschlagbar. Noel, bist du soweit? Wir müssen los, sonst kommst du zu spät. Langsam erhebe ich mich vom Bett und verabschiede mich von Mutter. Bis heute Abend. Bis heute Abend, Noel. Grüße Norbert und Anna von mir. Ich umarme sie auf dem Strohballen. Mutter wirkt seit kurzem geschwächt. Ich habe sie schon häufiger nach ihrem Wohlbefinden gefragt, aber sie meint, dass sie in letzter Zeit nur etwas schlecht schläft. Das würde im Alter mal vorkommen. Seitdem habe ich ihr versprochen, dass ich jeden Abend einmal für sie unseren Lichtgott anbete. Er ist der Gott des Friedens und der Heilung. Sein Name ist Stelux. Ich bitte ihn seit zwei Wochen für eine Besserung ihrer Situation, aber ohne großen Erfolg. Mutter sagt immer, dass manches unveränderbar und vorherbestimmt sei. Es diene einem größeren Zweck. Solches sei nicht durch Gebete beeinflussbar. Ob ihr Schlafproblem dazugehört? Ich frage sie am besten zu einem günstigeren Zeitpunkt nochmal näher aus. Jetzt ist Zeit für Anna. Ich freue mich auf sie. Der Regen hat aufgehört. Wir sind kurz vor dem Haus der Familie Funkenblitz. Das ist der Familienname von Anna, Norbert und Luise, ihrer verstorbenen Mutter. Sie verstarb zum Unmut aller, plötzlich im Alter von 38 Jahren an einer weiteren Schwangerschaft. Im vierten Monat kam es zu dem tragischen Ereignis. Eine schwere Vielgeburt. Sie erholte sich davon nicht mehr und starb. Ich war damals zwölf Jahre alt und setzte mich zum ersten Mal mit dem Thema Sterben auseinander. Laut den Erzählungen meiner Mutter kommt man nach seinem Tod in eines der sechs Götterreiche. Es hängt davon ab, wie man sich zu Lebzeiten verhalten hat. Das Leben ist für alle Lebewesen in der Welt eine Prüfung. Diejenigen, die immer aufrichtig, selbstlos und hilfsbereit sind, kommen in das Reich von Stelux, dem Lichtgott. Finstere, gewalttätige und bösartige Gestalten gehen in das Reich von Goldarg, dem Todesgott. Egoistische, aufbrausende und selbstsüchtige Personen landen im Reich von Meltana, der Feuergöttin. Der Erdgott Anaragai erhält alle gelassenen und ausgeglichenen Lebewesen, sowie die, die sich für die Natur einsetzen. Die Wassergöttin Lakin nimmt die Wissbegierigen, Manipulativen und jene, die ihr Leben dem Meer und der See gewidmet haben. Valis ist der Donnergott und Viss der Windgott. Zusammen regieren sie über das letzte Reich und erhalten die Zukunftsweisenden, sowie die vom Himmel Begeisterten. Die Tatsache, dass das Leben eine Prüfung ist, verändert meine Einstellung. Ich stelle mir die Frage, in welches Reich möchte ich nach dem Leben? Mutter erzählt mir leider nicht mehr über die einzelnen Reiche und deren Unterschiede. Sie selbst erschrieb das Reich von Stelux. Da ich das Gefühl habe, dass mir Stelux am nächsten ist und meine Einstellungen am besten zu ihm passen, entschied ich mich damals ebenfalls für diesen Pfad. Seitdem achte ich mehr darauf, aufrichtig und hilfsbereit zu allem und jedem zu sein. Siehst du, Noel? Die Tür vom Haus ist bereits offen. Ob etwas passiert ist? Ach, das glaube ich nicht. Wir gehen einfach vorsichtig hinein. Vielleicht haben sie die Tür einfach nicht richtig geschlossen oder sind kurz außer Haus. Norbert! Anna! Seid ihr zu Hause? Hallo! Gemeinsam lauschen wir auf eine Reaktion. Nichts. Das einzige Geräusch, das man hört, ist die handgeschmiedete Wanduhr von Norbert. Ein nerviger Ton. Jedes Mal, wenn ich bei Anna übernachte, ist es nachts eine Qual. Sie sagt immer, dass man sich daran gewöhnt, aber so weit ist es bei mir nicht. Da Norbert diese Uhr damals Luise zum Geburtstag geschenkt hat, wird sie leider unter keinen Umständen abgehangen. Hallo! Wir sind auf dem Schmiedehof. Papa zeigt Valan gerade seine neuesten Kreationen. Es ist Anna. Sie hat rotes schulterlanges Haar und ein paar Sommersprossen im Gesicht. Ihr schlanker, blasser Körper wird bemantelt von einem bunten Sommerkleid. Das ist ihr Lieblingskleid. Luise hat es damals genäht und Schmetterlinge aus Stoff in unterschiedlichen Farben auf den sonst beigen Grundton angebracht. Anna, wir dachten schon, euch wäre etwas zugestoßen. Die Tür war noch geöffnet. Ach Quatsch. Was soll einem an diesem langweiligen Ort schon zustoßen? Genau so ist es. Hier im Dorf ist es sicher und im Wald lauern unzählige Gefahren, denen wir besser nicht begegnen. Langweiliger Forstschlag. Ich kenne die Dörfer auswendig. Die Welt da draußen wartet darauf von mir erforscht und verstanden zu werden. Noch so jemand. Ihr zwei habt euch wirklich gefunden. Lasst uns zu Norbert und Valan gehen und sie begrüßen. Unterwegs berichte ich Anna von meinem harten Arbeitstag. Der Schmiedehof ist hinter dem Haus. Aus der Entfernung hören wir Norbert und Valan. Ich kann ohne weiteres Material meiner Arbeit nicht mehr lange nachgehen, Valan. Wir müssen dringend etwas unternehmen. Das ist mir bewusst. Aber wir werden uns unter keinen Umständen auf den Handel einlassen. Das würde alles zerstören, was wir aufgebaut haben. Die nächsten Worte verstehe ich nicht mehr. Es scheint, als hätten sie angefangen zu flüstern. Norbert, Valan, schön euch zu sehen. Ich bringe euch Noel wie besprochen vorbei, damit er sich zusammen mit Anna von Hannelore verabschieden kann. Lars, gut, dass du da bist. Wir müssen gleich dringend etwas besprechen. Lasst uns dafür in mein Haus gehen. Die Kinder sollten nicht dabei sein. Anna, Hannelore befindet sich im Stall. Ja, ja, Papa, ich habe schon verstanden. Wir sollen verschwinden. Komm, Noel, wir gehen Hannelore besuchen und genießen den Tag. Sie dreht sich um und macht mit ihrer Hand eine Geste, dass ich ihr folgen soll und wir verlassen den Schmiedehof. Was meinte Valan damit, dass der Handel alles zerstören würde? Und mit wem handeln sie? Mit anderen Menschen? Hast du das Gespräch von deinem Vater auch gehört? Ja. Hat dich das nicht neugierig gemacht? Du bist doch sonst immer so interessiert. Worüber haben sie geredet? Kanntest du das Thema etwas schon? Mein Vater bekommt kein neues Eisen und keine neue Kohle mehr. Er wirkt deswegen die ganzen letzten Tage schon leicht beunruhigt. Mehr habe ich nicht aus ihm rausbekommen. Aber sollten wir wirklich kein Material mehr bekommen, woher auch immer es kommt, dann kann mein Vater nicht mehr arbeiten. Ich verstehe einfach nicht, warum sie es uns nicht sagen. Ich habe keine Lust mehr zwei Jahre zu warten. Ach, Noel, lass es gut sein. Sie werden es uns von allein nie sagen. Das haben wir doch schon oft genug probiert. Wir finden es einfach selbst heraus. Ich sehe es schon vor mir. Noel und Anna erkunden die Welt. Unser persönliches Abenteuer. Ich bin fasziniert, wie entspannt sich das Ganze aufnimmt. Es wirkt immer so, als würde sie negative Situationen mit einer positiven Stimmung überschreiben. Diese Eigenschaft ist seit dem Tod ihrer Mutter Luise ausgeprägter. Nicht auszumalen, was passiert, wenn sie einmal nicht da ist, um mich aufzumuntern. Du hast recht. Also wagen wir uns gleich nochmal auf den Wahlanfahrt? Jawohl, Herr Entdecker. Aber zuerst kümmern wir uns um unsere Hannelore. Wollen wir sie mitnehmen? Wir verhelfen ihr zur Flucht. Du willst sie freilassen? Aber dann haben wir doch nicht genug zu essen und bekommen einen großen Ärger. Hannelore ist so klein. Das ist kein Unterschied. Wir erzählen einfach, dass sie uns weggelaufen ist. Anna, unsere Eltern werden sehr sauer sein. Dazu kommt, dass sie dann wissen, dass wir im Wald waren. Ich will mir gar nicht ausmalen, welche Vorträge mir Vater dann hält. Ach komm schon. Was sind ein paar Vorträge und streitsüchtige Väter im Vergleich zum Erhalt eines Tierlebens? Das ist bestimmt im Sinne von Stelux, oder? Sie nutzt gerne meinen Glauben aus, um mich zu überzeugen. Leider hat sie nahezu immer recht. Ich stümme ihr zu und wir holen Hannelore aus dem Stall. Das kleine Azzurosa-Weibchen hat ein rosa Federkleid und winzige blaue Federn am Kopf und Hinterteil. Sie ist aber nicht in der Lage zu fliegen. Dafür sind ihre Flügel zu klein und der gelbe Schnabel zu groß. Nach einer kurzen Begrüßung hebt Anna Hannelore hoch. Sie trägt sie gerne in ihren Armen. Wir bewegen uns am Waldrand entlang, um nicht von den Erwachsenen gesehen zu werden. Dort sind viele Sträucher und Büsche, in denen wir uns verstecken. Ich bin zuversichtlich. Uns erwartet eine große Entdeckung. Es ist Nachmittag. Anna, Hannelore und ich verstecken uns am Anfang des Waldrandpfades in einem Gebüsch. Also dann Noel, auf ins Abenteuer! Mit Hannelore unter dem Arm und langsamem Schritt schleichen wir uns durch die Büsche, bis wir außer Sichtweite des Dorfes sind. Schau mal, dort! Ist das nicht das Symbol von kleinen Lukas? Hat er sich noch nicht weiter getraut? Anna kichert und kniet sich vor die wie ein Hammer geformten Steine. Ihr Blick richtet sich ein Stück weiter auf eine andere Steinsammlung. Noel, schau dort drüben, das ist der von Annika. Die beiden sind wirklich noch nicht weit gekommen. Heute schaffen wir es. Wir werden endlich sehen, wie die Welt hinter dem Wald aussieht. Und Hannelore wird in dieser Welt freigelassen. Dass wir Hannelore mitgenommen haben, gefällt mir nicht. Es fühlt sich an wie Betrug. Wir haben unseren Eltern versprochen, dass wir Hannelore für das Dorffest aufopfern. Aber Anna von ihrem Plan abzuhalten, ist unmöglich. Genauso wie sie von den sechs Gottheiten, an die meine Mutter und ich glauben, zu überzeugen. Wir schlendern weiter den Warnernpfad entlang. Ich kenne dieses Stück des Pfades gut, da ich es insgesamt 20 Mal gewagt habe, mich in den Wald zu bewegen. Anna liegt knapp dahinter mit 18 Versuchen. Jedes Mal haben wir uns weiter hineingetraut. Aber heute ist es das erste Mal, dass Anna und ich es gemeinsam probieren. Dadurch ist es angenehmer und ich fürchte mich nicht. Sie strahlt so eine unglaublich ansteckende Fröhlichkeit aus. Anna, warte kurz. Schau, diesen Straucher habe ich beim letzten Mal gefunden. Er sieht anders aus als die üblichen Straucher. Ist er dir auch schon aufgefallen? Oh, gib mir einen Moment. Das ist ein Nili-Diri-Strauch. Mein Vater hat mir von ihm erzählt. Sie haben längliche, dünne Blätter und wenn sie einmal gepflanzt wurden, wachsen sie unglaublich schnell. Erkennen kann man sie aber am besten an ihren blauen, leicht schimmernden Blüten. Ob diese kleinen grünen Bären, die an dem Strauch hängen, wohl essbar sind? Halt! Nein! Die Bären sind zwar essbar, aber Vater sagt, sie sind sehr eklig und haben einen kleinen Nebeneffekt. Nebeneffekt? Was denn für ein Nebeneffekt? Naja, das sind Nili-Diri-Bären. Sie erzeugen negative Gefühle in dir. Du erlebst dann große Trauer, Hass oder Furcht. Oh, das klingt gar nicht lecker. Das beeindruckendste an Anna ist ihre schnelle Auffassungsgabe. Sie vergisst nur selten etwas, was sie einmal gelernt hat. Das ist ein Entdeckereintrag wert. Richtig! Die erste Entdeckung aus den Abenteuern von Noelle und Anna. Ich packe mein kleines Notizbuch aus, das ich immer in der rechten Seitentasche trage. Mit einem Stift zeichne ich ein grobes Abbild des Nili-Diri-Strauches in mein Buch und erkläre die wichtigsten Merkmale. Weiter geht's! Da draußen warten viele andere Entdeckungen auf uns. Hannelore bewegt sich kaum unter ihrem Arm. Sie hat ein hohes Vertrauen zu ihr. Anna pflegt Hannelore, seit sie aus dem Ei geschlüpft ist, wodurch sie eine große Bindung entwickelt haben. Wir folgen dem Walernpfad weiter und stoßen nach einiger Zeit erneut auf eine Steinmarkierung. Da sind wir! Meine Herzmarkierung! Ab hier ist es jetzt für mich unbekannt. Wie weit bist du voraus? Noch ein gutes Stück. Ich bin das letzte Mal doch bis zu einer Kreuzung gekommen. Oh stimmt. Du bist echt mutig. Im Moment habe ich eher das Gefühl, dass sie die Mutiger von uns beiden ist. Sie spaziert so glücklich und entspannt den Walernpfad entlang. Zusammen brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Oh, das Dorf ist wirklich gar nicht mehr zu sehen. Ich drehe mich ebenfalls um. Sie hat recht. Ich erinnere mich daran, dass ich das letzte Mal den Rückweg nahezu gerannt bin. In der Dunkelheit wirkt der Wald wie ein neues Areal. Mutter sagt immer, dass ich in der Dunkelheit unbedingt weiter an das Licht glauben soll, da allein der reine Glaube und das Vertrauen an Stellix mich beschützen. Anna und ich bewegen uns weiter den Walernpfad entlang. Oh mein Gott! Was ist das? Angespannt verfolge ich ihr Sichtfeld und sie entfernt sich vom Weg. Ich folge ihr zugleich. Das ist einfach unglaublich. So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Was für eine riesige Blume. Wir haben eine neue Entdeckung gemacht. Zeit für einen Entdeckereintrag, Noelle. Kniehohe Blume, vier lange weiße Blütenblätter und ein rotes Blüteninneres. Wirklich schön. Anna setzt Hannelore ab und vertieft sich weiter in die Erscheinung der Blume. Ob sie immer so aussieht? Vielleicht ist sie durch die vier Blütenblätter ein seltenes Exemplar. Ist die Farbe sonst anders? Das ist nur auszuschließen, wenn wir mehr davon finden. Jetzt ist sie vollständig in ihrem Element. Ich trage die Pflanze in meinem Entdeckertagebuch ein und sie sucht die nähere Umgebung ab. Hannelore bewegt sich Schritt für Schritt hinter ihr. Mist, ich finde keine zweite. Wir müssen dem Pfad weiter folgen und die Augen offen halten. Ich stimme zu und wir bewegen uns wieder auf dem Wahlenpfad. Jetzt, wo Anna erkannt hat, dass Hannelore ihr folgt, entscheidet sie sich dagegen, sie erneut zu tragen. Dort, da ist die Kreuzung. Wir sind da. Wir laufen zusammen zur Kreuzung. Es sieht genauso aus wie beim letzten Mal. Der Wahlenpfad führt uns weiter geradeaus und der unbekannte Pfad kreuzt mit einer seichten Steigung. Hier ist deine Markierung. Was machen wir jetzt? Gehen wir den Wahlenpfad weiter oder nehmen wir den anderen Weg? Den Pfad zu nehmen ist die sichere Wahl. Schließlich müssen wir auf dem Rückweg dann noch geradeaus. Aber neugierig bin ich schon, was hier auf dem anderen Pfad verbirgt. Was ist das? Wir verstecken uns besser. Ich ziehe sie in ein Gebüsch am Wegesrand. Anna hebt Hannelore wieder auf und versperrt ihr den Schnabel. Hannelore, du musst jetzt ganz leise sein. Aufmerksam schauen wir uns um. Es ist bisher nicht zu sehen, aber das Rascheln wird durchgehend lauter. Dann ist es soweit und am Rand des unbekannten Weges erscheint eine Gestalt. Wer ist das? Ich kenne diese Silhouette. Spätestens als der Bogen auf seinem Rücken zum Vorschein kam, habe ich ihn erkannt. Das ist Thorwald, der Jäger aus dem Dorf. Was hat er vor? Ob er zu den Wölfen geht? Wir folgen ihm und finden es heraus. Meinst du das ernst? Was ist, wenn er uns entdeckt? Hannelore und ich sind Meister in der Schleichkunst. Das ist eine Lüge. Dennoch bin ich mir sicher, dass ich es nicht schaffe, sie von ihrem Plan abzuhalten. Es bleibt mir keine andere Wahl, als Anna und Hannelore zu folgen. Die Aufregung in mir steigt. Was hat Thorwald vor? Kennt ihr einen Weg aus dem Wald? Langsam neigt sich der Tag dem Ende zu. Wir verfolgen Thorwald, aber es wird bald dunkel. Sich in der Nacht im Wald zu orientieren, ist ohne Hilfsmittel unmöglich. Ich hoffe, wir erreichen in absehbarer Zeit unser Ziel. Mit ausreichendem Abstand bewegen wir uns hinter ihm. Er hat sich bisher kein einziges Mal umgedreht. Zur Sicherheit bleiben wir geduckt in den Büschen am Wegesrand. Meinst du, er geht aus dem Wald heraus? Ich denke, er geht zu den Wölfen. Schließlich ist es Thorwald. Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass er neben seinem Bogen etwas auf dem Rücken trägt. Das sind vermutlich wieder Nahrungsreste aus dem Dorf. Wenn er zu den Wölfen geht, sollten wir viel Abstand halten. Die riechen uns doch aus mehreren hundert Metern. Ungefähr zwei Kilometer. Die müssten uns also vermutlich jetzt schon riechen. Aber wenn das wirklich Fleisch in Thorwalds Rucksack ist, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich drehe jetzt bestimmt nicht um. Das stimmt. Wenn Anna sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist sie nicht mehr davon abzubringen. Ich hoffe, dass die Wölfe ein höheres Interesse an dem Rucksack haben als an uns. Meine Anspannung steigt stetig und ich bekomme vor Aufregung Schweißausbrüche. Soweit waren wir bisher noch nie vom Dorf entfernt und der Tag endet bald. Oh großer Stelux, bitte sorge dafür, dass alles ein gutes Ende nimmt. Meine Entdeckerreise fängt doch erst an. Noelle, schau! Da ist eine Höhle. Thorwald will bestimmt in die Höhle. Ob dort die Wölfe ihr Zuhause haben? Bitte etwas leise, Anna. Oder willst du, dass Thorwalds uns doch noch entdeckt? Aber du hast recht. Das ist bestimmt das Zuhause der Wölfe. Psst, Hannelore. Du musst auch leise sein. Gemeinsam bewegen wir uns näher an das Geschehen heran. Thorwald steht jetzt vor der Höhle und ruft hinein. Leider verstehen wir keine genauen Worte. Wie viele Wölfe gibt es wohl? Ich glaube, Thorwald hat gesagt, dass es ein sehr großes Rudel ist. Sehr groß? Dann sind es bestimmt über zehn. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich verstehe, Anna. Das ist das Aufregendste, das wir bisher erlebt haben. Einmal haben wir versucht, uns in das Wilshaus zu schleichen. Leider erwischten uns die Erwachsenen im letzten Moment. Es waren überall Wachen aufgestellt. Wir hatten dadurch die Möglichkeit verpasst, die Ratssitzung zu belauschen. Aber wir sind auf dem besten Weg, endlich mehr zu erfahren. Sie kommen raus! Ein Wolf nach dem anderen läuft aus der Höhle und springt Thorwald an, so dass dieser vollständig zu Boden sinkt. Man könnte meinen, sie wollen ihn fressen, so wie sie ihn anspringen. Er ist fast nicht mehr zu erkennen. Ich glaube, die begrüßen ihn nur. Schau, er steht schon wieder auf. Thorwald erhebt sich und streichelt einige der Tiere. Es kommen darüber hinaus ungewöhnlich viele Wölfe aus der Höhle. Als würde es nie ein Ende nehmen. Ich glaube, das sind schon mehr als zehn Wölfe. Das kann nicht sein. Ich zähle über 30. Ein normales Wolfsrudel sollte laut unserer Schulbücher nicht mehr als zwölf Tiere beinhalten. Doch bevor wir diese Ungereimtheit genau diskutieren, kommt eine Gestalt aus der Höhle. Sie trägt eine dunkle Kutte mit einer Kapuze und ist kaum zu erkennen. Ich fasse es nicht. Wer ist das? Es gibt also doch mehr Menschen außerhalb der Dörfer? Das ist eine Frau, oder? Sie hat jedenfalls eine sehr weibliche Figur. Sie wirkt zählig und hat eine schlanke Taille, soweit man es anhand der Kutte erkennt. Thorwald kippt seinen Rucksack aus und es fallen einige Essensreste heraus. Im nächsten Augenblick stürzt sich das ganze Rudel auf die Nahrung. Sie knurren sich dabei gegenseitig an und es entsteht eine Rauferei. Auf einmal ertönt ein Geheul und ein weiterer Wolf erscheint. Er hat eine Narbe, die sich über seine gesamte rechte Kopfhälfte zieht. Ist das nicht der Wolf, der in unserem Dorf war? Du hast recht! Manchmal frage ich mich, wie sie sich das alles merkt. Es ist ein Wunder, dass ich Thorwald vor ihr erkannt habe, als er uns im Wald erschienen ist. Wie hieß er nochmal? Warte, ich hab's gleich. Lucky! Er heißt Lucky! Ich hab ihn damals sogar einige Male gestreichelt. Lucky bewegt sich langsam auf den Rest des Rudels zu. Die anderen Wölfe weichen ihm aus und entfernen sich von der Futterstelle, sodass er zum Fressen kommt. Faszinierend! Das ist bestimmt das Alphatier. Alphatier? Noelle, hast du überhaupt mal in der Lehre der Biologie aufgepasst? Das Alphatier ist der Rudelführer. Er leitet das Rudel. Ach so, das erklärt, warum sie ihn alle anders Futter lassen. Ich hab beim Unterricht nicht immer aufgepasst. Manchmal bin ich tief in meine Gedanken versunken und bekomme nicht alles mit. Aber für solche Fälle ist Anna da. Ich lächle. Was ist so lustig? Ach nichts. Es ist einfach schön, dass du da bist. Ähm, jetzt ist keine Zeit für Komplimente. Wir sind auf Entdecker-Mission. Anna mag es gar nicht, wenn ich ihr ein Kompliment mache. Ich bin bereits sehr lange mit ihr befreundet, aber immer, wenn wir diese Angelegenheit ansprechen, lenkt sie auf etwas anderes ab. Ich sage ihr nicht, dass ich mehr für sie empfinde. Was ist, wenn sie diese Gefühle nicht teilt? Das zerstört unsere ganze Freundschaft. Unglaublich! Noelle, schau hin und träum nicht! Thorwald, er umarmt die unbekannte Frau. Und küssen die sich etwa? Ugh! Anna macht eine angewiderte Geste. Ein klares Zeichen dafür, dass ich meine Gefühle zu ihr besser nicht weiter vertiefe. Ob sie ein Paar sind? Thorwald lebt, seitdem wir klein waren, allein im Dorf. Vielleicht lebt seine Frau schon die ganze Zeit bei den Wölfen. Warum sollte sie das tun? Wurde sie verstoßen? Die Geschichte wird immer interessanter. Gespannt beobachten wir das Geschehen. Thorwald greift in seine Tasche und holt etwas hervor. Es ist eine Wasserflasche. Die unbekannte Frau freut sich und umarmt ihn. Es fällt mir durch die Kutte schwer, sie genauer zu identifizieren. Thorwald schraubt die Flasche auf, während sie die Kutte leicht von ihren Füßen entfernt. Was wird das denn jetzt? Siehst du, was ich sehe, Noelle? Ihre Beine sind grün und ihre Füße sehen so ungewöhnlich aus. Ich muss da näher ran. Von hier sieht man einfach nichts. Vorsichtig schleiche ich hinter ihr her. Wir sind näher am Geschehen, als mir lieb ist. Kannst du jetzt mehr erkennen? Das kann nicht sein. Was denn? Jetzt sehe ich es. Ihre Beine haben zwar die Form von menschlichen, aber ihre grüne Haut ist rau. Sie sieht fast aus wie Rinde. Von den Füßen spreche ich erst gar nicht. Wie Wurzelstränge dringen sie in den Boden ein. Anna und ich starren weiter wie gebannt. Im nächsten Moment kippt Thorwald das Wasser auf ihre Beine. Ähm, gießt er sie jetzt? Ich glaube ja. Ich bin genauso durcheinander wie Anna. Ich habe so viele Fragen im Kopf. Was ist mit dieser Frau passiert? Ist sie ein Mensch? Wenn sie es nicht ist, was ist sie dann? Oh, verdammt. Anna flirrt das Gleichgewicht und fällt mit einem lauten Geräusch auf den Weg. Sie hat sich am linken Arm eine kleine blutende Schramme zugezogen. Zu einem Überfluss hat sie Blickkontakt mit dem Alpha-Wolf aufgenommen, der ihr knurrend in die Augen schaut. Sie wirkt durch den Blick wie gelähmt. So schnell wie möglich schnappe ich mir Hannelore. Anna, wir müssen hier weg, lauf! Sie schaut zu mir rüber und nickt. Mit einem Satz rennen wir durch das Gebüsch zurück. Keiner von uns wagt es, sich umzudrehen. Ich weiche den Sträuchern und Ästen so gut es geht aus. Das Arzohrosa-Weifchen bekommt einige Peitschenhebe von den Ästen ab und gackert lautstark. Plötzlich halte ich an und Anna läuft direkt von hinten gegen mich, wodurch wir alle drei zu Boden fallen. Noelle, warum hast du angehalten? Willst du, dass sie uns einholen? Zu spät. Das haben sie bereits. Vor uns ist Lucky. Der Alpha-Wolf schaut uns mit leicht geducktem Kopf tief in die Augen. Zwei weitere Wölfe stehen direkt neben ihm. Wölfe schaffen also wirklich bis zu 60 Kilometer die Stunde. Wir schauen uns um und bemerken, dass wir von den Wölfen umzingelt sind. Für einen kurzen Moment ärgere ich mich über mich selbst. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Vater hat doch recht damit, dass die Welt hier draußen für uns schlicht zu gefährlich ist. Halt, nein, das ist nicht die Einstellung, die Stelluchs hat. Es gibt immer Hoffnung. Ich muss nur daran glauben. Was haben wir denn hier? Wir drehen uns um. Es ist die unbekannte Frau. Ich erkenne jetzt ihr Gesicht. Sie hat viele Falten und sieht alt aus. Ihr gesamter Körper ist, soweit ich es durch die Kutte erkenne, mit einer Vielzahl von Blättern und Blüten bedeckt. Alle sehen aus, als wurden sie länger nicht mehr mit Wasser versorgt. Was hat sie mit uns vor? Es dämmert. Die Wolfshelde bildet einen undurchdringbaren Kreis um uns. Mein Blick ist bei Anna, die wie erstarrt die mysteriöse Unbekannte direkt neben uns mustert. Was hast du mit uns vor? Ihr habt uns heimlich belauscht, nicht wahr? Wir sind nur Torwald gefolgt. Ehrlich. Wir dachten, es bestehe die Möglichkeit, dass er aus dem Wald hinausgeht. Und was bitte um alles in der Welt wollt ihr zwei außerhalb des Weils? Wo sind eure Eltern? Es ist euch nicht gestattet, den Wald zu verlassen. Wir sind Entdecker. Wie bitte? Entdecker? Werdet erstmal erwachsen, ihr... Torwald, genug. Ich verstehe sie. Ich bin erstaunt. Verteidigt sie uns gegen Torwalds Vorwürfe? Wisst ihr, auch ich wollte einst in die Welt hinaus. Ich wollte sie alle kennenlernen. Jeden einzelnen Baum, jeden Strauch, jedes Lebewesen. Mein Volk hat es mir auch verboten. Warum haben sie es dir verboten? Ich bin eine Naturwächterin. Euer Volk nennt uns Triaden. Wir dienen dem Gott Anaragai. Man nennt mich Nihidaka al-Diki. Ihr könnt mich einfach Nika nennen. Die Kinder sollten das nicht wissen. Beenden wir das Gespräch und ich bringe sie zurück in das Dorf. Liebster, verstehst du nicht? Sie sind wie ich. Wenn ich damals nicht geflohen wäre, hätten wir uns dann jemals getroffen? Nika dreht sich zu ihm und berührt ihn mit der rechten Hand an der Wange. Torwald verschließt kurzzeitig die Augen und schnauft. In Ordnung. Ich bringe euch aus dem Wald, aber nicht heute. Es dämmert bereits und ich werde im Dorf für die Vorbereitung auf das morgige Fest erwartet. Vielen Dank, Liebster. Nika bedankt sich mit einem Kuss auf die Wange. Anna ist erneut davon angewidert. Torwald will uns aus dem Wald bringen? Ich fasse es nicht. Vor einigen Minuten war ich fest davon überzeugt, dass wir einer Horde Wölfe zum Fraß vorgeworfen werden. Das ist das Werk von Stelux. Die Hoffnung hat sich ausgezahlt. Anna? Hast du das gehört? Sie wollen uns aus dem Wald bringen. Wir haben es geschafft. Ich stelle fest, dass sie nicht mehr neben mir ist. Sie ist. Ich traue meinen Augen nicht. Sie bewegt sich zu den Wölfen und zwar nicht zu irgendeinem Wolf, sondern zum Alphatier. Lucky. Bist du wahnsinnig? Was machst du schon wieder? Vorsicht, junge Dame. Er kann sehr unberechenbar sein. Anna ignoriert uns und bewegt sich weiter auf das Alphatier zu. Das ist typisch für sie. Diese Art von ihr gefällt mir. Ich handle niemals, ohne vorerst über die Folgen nachzudenken. Wir ergänzen uns dadurch. Seht ihr das nicht? Er ist verletzt. Hier, an der Pfote. Ich habe gelesen, dass das Lecken der Pfote ein Zeichen für eine Verletzung sein kann. Durch das Lecken lindert sich der vorhandene Juckreiz. Es gelangen positive Botenstoffe an das Gehirn. Sie deutet auf die rechte Vorderpfote des Wolfes. Lucky leckt sie sich kontinuierlich ab. Zeit für eine erneute Lehrstunde von Frau Funkenblitz. Wie merkt sie sich all diese Sachen in ihrem Kopf? Ein Blick zu Thorwald und Nika zeigt mir, dass ich nicht der Einzige erstaunte bin. Sie ist bei dem Wolf angekommen. Lucky starrt sie untersuchend an und weicht einen Schritt zurück. Anna macht sich klein und hält ihm vorsichtig ihre rechte Hand entgegen. Unterwirft sie sich? Ich erinnere mich an ein Buch aus meiner Schulzeit, in dem ein solches Verhalten beschrieben war. Anna, es dauert Jahre, Vertrauen zu einem Wolf aufzubauen. Besonders zu diesem hier. Lass es bitte gut sein. Als er im Dorf war, hatte ich ihn an einer Leine und er hatte einen Maulkorb. Das war eine ganz andere Situation. Damals hatte ich es auch geschafft, ihn zu streicheln. Ich darf ihm nur nicht in die Augen schauen. Das ist für ihn eine Drohung. Zeige ich ihm hingegen meine Körperseite, ist es eine Provokation. Ich muss irgendwie an seine Pfote herankommen, damit ich sehen kann, was damit nicht stimmt. Lucky schnuppert an ihrer Hand. Er weicht nicht mehr zurück. Die Berührung der Pfote lässt er zu. Ich glaube nicht, was ich da sehe. Er mag das Mädchen. Ich kann es fühlen. Er wird ihr nichts tun. Nika bewegt sich ein paar Schritte vor und ist auf unserer Höhe. Sie hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Sie greift die Hand von Torwald, die er angespannt und griffbereit an seinem Bogen hat. Er senkt sie und atmet tief durch. Da, ich habe es. Wusste ich es doch. Er hat Holzsplitter in der Pfote. Vermutlich von der Verfolgungsjagd von eben. Ich entferne sie. Sie greift unter ihr Kleid und holt einen Beutel an ihrem Bein hervor. Hat sie den die ganze Zeit darunter getragen? Erst an ihrem Bein mit einer Schnalle befestigt. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Papa rät mir zum Glück immer, dass ich nie ohne ein kleines Erste-Hilfe-Set das Haus verlassen soll. Es wird alles gut, Lucky. Das haben wir gleich. Schau, ich habe mich auch verletzt. Sie zeigt dem Wolf die Verletzung an ihrem linken Arm. Stimmt. Anna hat eine Wunde von dem Sturz vorhin, die uns überhaupt in diese Situation gebracht hat. Im Anschluss holt sie eine Zange aus dem Beutel und macht sich an die Behandlung. Ganz vorsichtig. Nur ein kleiner Zug und er ist wieder raus. Dann geht es dir besser. Zack. Mit einem Ruck zieht sie den Holzsplitter heraus. Lucky zuckt kurz zusammen, beruhigt sich aber direkt wieder, als Anna ein paar wohltuende Laute von sich gibt. Die Behandlung ist geglückt. Oh, lass das. Wir müssen dringend los. Es ist schon sehr spät. Eure Eltern suchen euch bestimmt verzweifelt. Ich werde ihnen sagen, dass ich euch ein wenig das Jagen beigebracht habe. Torwald hat recht. Anna und ich stimmen seinem Vorschlag zu und wir verabschieden uns samt Hannelore und Torwald von Lucky, dem Rudel und Nika. Was für ein Erlebnis. Sobald ich zu Hause bin, fülle ich weitere Seiten meines Entdeckertagebuchs. Morgen bringt uns Torwald wie versprochen aus dem Wald. Unser Abenteuer ist zum Greifen nahe. Die Nacht ist hereingebrochen. Torwald wandert mit einer Fackel wenige Schritte vor Anna und mir. Er ist, wie viele Erwachsene bei uns im Dorf, ein Experte im Feuer entfachen. Wir sind zurück auf dem Walernpfad. In der Ferne sehe ich die Lichter aus dem Dorf. Die Fackeln für die Nacht sind entzündet. Meine Eltern und Norbert suchen uns sicher. Am meisten sorge ich mich um meine Mutter. Sie gerät häufig in Panik, wenn etwas nicht stimmt. Das letzte Mal, als ich nicht pünktlich zu Hause war, saß sie bei meiner Rückkehr mit Tränen überzogen im Haus und atmete schwer. Dabei war ich mit Anna am Aussichtspunkt in unserem Dorf und wir haben die Zeit vergessen. Die westliche Seite unseres Dorfes ist nicht vom Wald umgeben. Es gibt dort eine winzige Anhöhe. Mein Vater Lars hat dort zusammen mit Norbert, dem Vater von Anna, Sitzbänke und einen Tisch aufgebaut. Sie ermöglicht eine Sicht auf das Wasser, das sich von der Klippe bis zum weiten Horizont in der Ferne erstreckt. An diesem Tag rätselten wir darüber, was hinter dem Wasser ist. Wir sitzen gerne dort und starren auf das Meer. Eines Tages entdecken wir etwas Besonderes. In der Schule lernten wir das Meer und seine Bewohner kennen. Die Lehrerin erzählte uns von Fischen und Meeresungeheuern. Sie empfahl, das Meer deswegen zu meiden. Es sei, wie alles außerhalb des Waldes, zu gefährlich. Da kommt jemand auf uns zu. Schaut! Bis auf die Fackeln erkenne ich in der Ferne nichts. Dann bemerke ich, dass die Lichter sich bewegen. Ich sehe menschliche Umrisse. Sie rennen auf uns zu. Anna! Anna! Papa? Es ist Papa! Papa! Im nächsten Schritt rennt sie fröhlich auf ihren Vater zu. Die Bindung zwischen den beiden ist stark. Ihr Vater hat sie sicher sehnlichst vermisst. Seit dem Tod von Luise ist Anna alles, was er hat und liebt. Während Anna bei ihrem Vater angekommen ist und ihn glücklich umarmt, schaue ich den Pfad entlang. Weitere Personen nähern sich. Es ist zu ahnen, dass Vater darunter ist. Meine Mutter Selena ist zu Hause. Er lässt sie bei solchen Suchaktionen nicht hinaus. Ohne die Lage nicht überprüft zu haben, wäre das Risiko und die Gefahr für sie zu groß. Er ist übervorsichtig. Überlass mir das Reden, Noel. Egal was gesagt wird, ich werde das Ganze schon klären. Ich nicke ihm zu. Das klingt, als würde er einen größeren Konflikt erwarten. Was verunsichert ihn? Bevor ich darüber weiter nachdenke, sind wir bei Anna und Norbert angekommen. Vater und das Dorfoberhaupt Walah und Brenscher sind mit drei weiteren Männern ebenfalls auf unserer Höhe. Noel, wo um alles in der Welt seid ihr gewesen? Deine Mutter ist Krankvorsorge. Wie kannst du ihr das nur antun? Im Augenwinkel sehe ich, wie mir Anna einen Bemittler einen Blick zuwirft. Sie kennt meinen Vater zu gut und weiß, wie wütend er ist. Bevor ich antworte, stupst mich Thorwald von hinten an. Stimmt, ich überlasse ihm das Reden. Beruhige dich, Lars. Ich bin mit den beiden nur ein wenig auf der Jagd gewesen. Sie wollten auch etwas zum Dorffest beitragen. Auf der Jagd? Und wozu braucht ihr bitte das Federvieh auf der Jagd? Er deutet auf Hannelore, die am Fußende von Anna den Boden absucht. Ich schaue zu Thorwald hinüber, der ebenfalls das Azzurosa-Weibchen mustert. Verdammt, auf diese Frage ist der nicht vorbereitet. Natürlich brauchen wir eine Azzurosa auf der Jagd, Herr Forstschlag. Sie sind eine Jagdunterstützung. Wie kommst du denn darauf, mein Schatz? Das habe ich noch nie gehört. Tja, Papa, kein Wunder. Ich bin letztlich auch in unserer Familie diejenige, welche täglich unsere Lehrbücher studiert. Das steht in meinem Sachbuch Ein Azzurosa fürs Leben. Ich habe es von unserer Lehrerin Frau Hammelblatt geschenkt bekommen, um die Zucht besser zu verstehen. Norbert schaut mit einer erstaunten Geste zu Vater und Valan hinüber. Er scheint seiner Tochter zu glauben. Die anderen Männer wirken weiterhin überrascht, hinterfragen die Erklärung aber nicht. Anna ist bekannt dafür, sich mit allem im Dorf und den dort lebenden Tieren auszukennen. Keiner sonst hat die Bücher wie sie studiert. Ein hervorragender Trick von Anna. Thorwald ist beruhigt, alles wieder im Griff zu haben. Azzurosa hin oder her. Tatsache ist, dass du die Gesetze unserer Gemeinschaft missachtet hast, Thorwald. Ich bin schwer enttäuscht. Valan Brenscher schüttelt den Kopf und schaut bedrückt zu Boden. Er stützt sich dabei an einem Gehstock ab. Seit einiger Zeit hat er Schmerzen in den Gelenken. Er ist einer der ältesten Bewohnern unserer Dorfgemeinschaft. Die meisten seiner Haare sind ihm ausgefallen. Durch seinen langen Bart wirkt es, als hätte er sie von seinem Kopf abgeschnitten und am Kind festgenäht. Wir kennen uns nicht gut. Ich grüße ihn ab und zu auf Feiern und er erzählt den Kindern gerne einmal Geschichten. Sie enden durchgehend mit den Sätzen »Entfernt euch niemals vom Dorf, dort ist es zu gefährlich. Es ist immer das Gleiche.« Valan, das muss eine Strafe zur Folge haben. Besonders in der jetzigen Lage, in der wir uns aktuell befinden, war es mehr als fahrlässig, die Kinder auf solch einen Leergang in den Wald mitzunehmen. Lars hat recht. Eine Strafe? In der jetzigen Lage? Ich versuche zu verstehen und erinnere mich an das Gespräch von Norbert und Valan, bevor wir am Nachmittag aufgebrochen sind. Es handelte von den fehlenden Ressourcen für die Schmiede. »Wir hängen diese Dinge zusammen. Warum ist es gefährlich? Bereiten sie sich auf einen Kampf vor? Kurzweilig läuft mir ein Schauer über den Rücken und ich bekomme eine Gänsehaut. Ist die Drohade Nika die Gefahr und Torwald beschützt sie heimlich? Die anderen scheinen nichts von der Drohade zu wissen. Nein, sie wirkte für ihn freundlich und hilfsbereit. »Lars, Norbert, ihr habt recht. Torwald, ich sage dies wirklich ungern, aber du hast zum wiederholten Male gegen die Regeln verstoßen. Ich werde dich vorerst in unser Verlies sperren müssen. Es tut mir leid. »Lie bitte, das könnt ihr nicht machen.« Er rückt einige Schritte vor und streckt seine Hand mit dem Handrücken nach oben und gespreizten Fingern aus. Mit dieser Strafe hat keiner gerechnet. Norbert und mein Vater wirken von der Schwere der Strafe ebenfalls überrascht. Torwald darf nicht in das Verlies. Anna und ich schauen uns besorgt an. Er ist unser Weg aus dem Wald. Verdammt, noch nie ist jemand in das Verlies geworfen worden. Anna und meine Blicke kreuzen sich erneut. Wir sind uns einig. Torwald muss gerettet werden. Er ist die einzige Chance, einen Weg aus dem Wald zu finden. Wie stellen wir das an? Unsere Väter werfen in den nächsten Tagen sicher ein genaues Auge auf uns. Die Lage ist angespannt. Wir sind auf dem Rückweg. Ich bemerke, wie Torwald vor uns flurend in seinen Bart murmelt und zeitweise seinen Kopf dabei schüttelt. Er wird von zwei Erwachsenen begleitet. Vermutlich hat Walern die Sorge, dass er flüchtet. Anna hat Hannelore wieder auf dem Arm und ist neben ihrem Vater Norbert. Sie sieht angeschlagen und müde aus. Ihr Kleid schimmert im Licht der Fackel, die ihr Vater trägt. Es hat heute eine Menge abbekommen. Zu unserem Glück hat niemand ihre Verletzung am Arm bemerkt. Wir sind im Dorf angekommen und ich verabschiede mich von Anna. Bis morgen. Bis morgen, Noel. Das werden wir sehen. Wir haben nur ein ernsthaftes Wort miteinander zu reden, mein Sohn. Er packt mich grob am Arm und wir staffen zum Haus. Ich schaue zu Anna und rolle die Augen. Sie lächelt und hebt ihre Hand, wobei sie Daumen und Zeigefinger gegeneinander bewegt. Zu Hause kommt mir meine Mutter mit Tränen in den Augen entgegen. Noel, oh Stellux, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Da bist du ja endlich. Es tut mir leid, Mutter. Wir waren mit Torwald unterwegs. Er hat uns gezeigt, wie man jagt. Torwald? Halte dich bitte von ihm fern, Noel. Der Mann bringt doch nichts als Ärger. Mutter hat Angst, dass mir ein Unglück passiert. Ich würde ihr gerne erzählen, was wir heute erlebt haben. Das hätte aber zur Folge, dass ich bis zu meinem 18. Lebensjahr Hausarrest und einen persönlichen Wächter bekomme. Ich bin schwer enttäuscht, mein Sohn. Du hast mich heute Mittag angelogen. Norbert hat nicht mit dir über Dinge außerhalb des Waldes gesprochen. Lügen ist sicherlich keine Eigenschaft, die Stellux fordert, oder? Sein Blick richtet sich zu meiner Mutter. Er glaubt nicht an die Götter, hat aber genügend Informationen von Mutter erhalten und setzt sie erfolgreich gegen mich ein. Ich verabscheue das Lügen. Das war eine Notlüge. Stellux ist sicher auf meiner Seite. Da sorge ich mich nicht. Und am Ende bringst du dich und Anna in Gefahr, indem ihr mit diesem Torwald allein durch den Wald zieht. Ich dachte wirklich, du wärst Erwachsener und ich könnte dir vertrauen, mein Sohn. Lars, bitte! Der Junge hat heute viel durchgemacht und ist müde. Es ist bereits sehr spät. Ich bringe ihn zu Bett. Selina, ich bitte dich. Du kannst den Jungen nicht jedes Mal ungeschoren davonkommen lassen. Das geht einfach nicht mehr. Mutter ignoriert die Worte meines Vaters und schlingt ihren rechten Arm um mich. Wir gehen auf mein Zimmer. Keine Sorge, ich rede mit deinem Vater. Aber bitte versprich mir, dass du mehr auf dich aufpassen wirst und mir nicht immer solche Sorgen bereitest. Mache ich, Mutter. Sehr gut, Noel. Jetzt aber ab ins Bett. Mutter diskutiert mit Vater im Wohnraum. Ich ziehe mich aus. Mit dem Eimer und Lappen, den mir meine Mutter zurechtgelegt hat, wasche ich mich. Im Anschluss ziehe ich mir mein Nachthemd an und begebe mich genend zu Bett. Der Tag war aufregend. Es sind viele Fragen in meinem Kopf. Wie befreien wir Torwald aus dem Verlies? Was hat es mit Nikau auf sich? Was ist eine Drojade? Gibt es mehr unbekannte Wesen auf der Welt? Ob Anna schon schläft? Mit jedem Gedanken überkommt mich mehr Müdigkeit und ich schlafe langsam ein. Ein unbekannter Raum. Mein Sichtfeld ist stark verschwommen. Ich reibe meine Augen und blinzle. Es führt zu keiner Verbesserung. Beunruhigt schaue ich mich um und versuche mehr wahrzunehmen. Mein Körper fühlt sich schwer und träge an. Als ich an mir heruntersehe, bemerke ich, dass ich eine Rüstung trage. Davon habe ich welche bei Norbert in der Schmiede gesehen. Das Sichtfeld ist jetzt klarer. Wo bin ich hier? Es wirkt alles grell und weiß um mich herum. Weit und breit sind keine Bäume oder das Dorf in Sicht. Plötzlich ertönt ein Knall. Was ist passiert? Ich drehe mich in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen ist. Eine Menschenmenge kommt mir mit panischen Gesichtern entgegen. Sie sind mir fremd. Ich schaue mich nach der Ursache um. Nichts. Ich sehe nicht weit genug und bewege mich daher entgegen der Fluchtrichtung der Menschenmenge, um die Ursache zu finden. Jeder Schritt fühlt sich durch die schwere Rüstung anstrengend an. Die Farbe in meinem Sichtfeld verändert sich. Es verdunkelt sich, bis ich nur ein schwarzes Feld vor mir sehe. Von der Ursache weiterhin keine Spur. Mit einem Mal erscheint ein Lichtpunkt in der Ferne. Ich versuche ihn mit meinen Augen zu fokussieren, er bewegt sich aber zu schnell hin und her. Hilfe! So hilft mir doch jemand! Ohne zu zögern, erhöhe ich meine Schrittgeschwindigkeit. Die Rüstung erschwert einen Sprint. Ich schließe weiter zu ihm auf. Er wächst mit jedem Schritt und die Hilferufe sind jetzt klar verständlich. Siehe Sie da vorne! Sind Sie hier, um zu helfen? Sie sehen aus wie ein mutiger Held. Er hat mich bemerkt. Als ich den Punkt genauer mustere, stelle ich verblüfft fest, es ist ein sprechender Lichtpunkt. Dahinter verbirgt sich kein Mensch. Sein Äußeres wirkt verzerrt und pulsiert hektisch. Ich stehe direkt vor ihm und spreche ihn an. Was ist passiert? Woher kam der Knall? Es ging alles so plötzlich. Sie sind angekommen. Sie sind hier. Unsere Nachbarn sind noch dort. Familie Bahain. Wer sind denn Sie? Alpakale. Sie sind in den Häusern. Retten Sie bitte das Ehepaar Bahain. Sie haben auch zwei Kinder. Bitte. Bevor ich die Möglichkeit habe zu antworten, verschwindet er. Was ist hier los? Als ich über die Rettung nachdenke, bekomme ich erneut ein vertrautes Gefühl. Ich rette sie. Aber was sind Alpakale? Es erscheint ein großes Haus aus Stein vor meinen Augen. Wie haben Sie es geschafft, Steine in diesen Höhen zu stapeln? Ich erinnere mich daran, wie aufwendig es war, die Holzfällerhütte meines Vaters vor einigen Monaten neu zu sanieren. Wenn ich darüber nachdenke, dass wir Steine anstatt Holz als Material verwendet hätten, dann wären wir heute noch nicht mit dem Bau fertig. Ich atme kurz durch. Bei dem Gedanken, das Haus zu betreten, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich greife reflexartig an meine rechte Hüfte und fasse einen Schwertgriff. Ein Schwert? Ich ziehe die Waffe aus ihrer Scheide und mustere sie. Erneut dieses vertraute Gefühl. Ich schwinge einige Male mit dem Schwert umher. Ich habe zusammen mit Norbert und Anna die Schwertkünste geübt, erinnere mich aber nicht daran, sie in dieser Form gemeistert zu haben. Der Eingang ist mit einer Steintreppe geschmückt. Langsam streite ich die Treppe hinauf und horche mich um. Stille. Kein Windzug oder knatschendes Holz in der Ferne. Es ist nichts zu hören, außer meinen eigenen Schritten. Die Tür des Hauses ist aus Holz. Lediglich die Klinke und einige andere Kleinteile sind aus Metall. Ich erinnere mich an die Lehrstunden von Norbert in der Schmiede. Es handelt sich um Bronze. Auf den zweiten Blick erkenne ich, dass die Tür ein Spalt offen steht. Ich bleibe auf der Hut und halte mein Schwert in Kampfhaltung. Ich schiebe die Tür weiter auf. Obwohl im Inneren des Hauses keine Lichtquelle sichtbar ist, sehe ich klar. Warum? Ich schaue mich genauer um. Erstaunlich. Ich bin der Ursprung. In einem Radius von einigen Metern um mich herum erzeuge ich Licht. Wie ist das möglich? Ich mustere den Eingangsbereich des Hauses. Die Wände sind aus Stein und zwei von drei Abschnitten sind komplett verschüttet. Ich schaue mich weiter um. Es hängen Bilder an den Wänden. Zwischen einigen abstrakten Bildern fällt mir eines besonders ins Auge. Ein Bild mit einer Frau, einem Mann und zwei Kindern. Das ist die Familie Bahain. Ich versuche mir, ihre Gesichter zu merken. Der Vater trägt einen langen, schwarzen Bart und hat eine Narbe am rechten Auge. Die Mutter hat langes, blondes Haar und einen dunklen Hautfleck am Kinn. Oder ist es ein Wasserfleck auf dem Bild? Die Kinder sind jung. Es sind nahezu gleichaltrige Brüder. Ich schätze sie auf acht Jahre. Ein Junge hat schwarzes, kurzes Haar. Er ist blass im Gesicht und zeigt keine Emotionen. Sein Bruder hat langes, gewähltes Haar. Seine Augenbrauen wirken ungewöhnlich lang. Er hat auch ein blaues und ein rotes Auge. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Ein Schrei unterbricht meine Beobachtung. Schrill klingt er durch den Eingangsbereich. Ich schrecke zusammen. Er ist weiblich und kommt aus dem frei zugänglichen Areal des Hauses. Das Bauwerk fasziniert mich, aber ich darf nicht aus den Augen verlieren, dass die Familie in Gefahr ist. Ich eile in den nächsten Raum. Eine Küche. Ein Esstisch schmückt das Zentrum und an den Seiten füllen Schränke mit Geschirr und weiteren Küchenutensilien die Leere. Ein weiteres Mal fasziniert mich das Design. Wenn ich die Familie gerettet habe, sehe ich mir das genauer an. Nächster Raum. Eine Abstellkammer. Ist der Schrei von hier gekommen? Mehrere Regale mit unterschiedlichsten Nahrungsgütern zieren den sonst leeren Bereich. Dadurch ist der Raum selbst mit dem Licht schwer einsehbar. Hallo? Ist hier jemand? Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Es ist zu spät. Wir können nicht mehr fliehen. Sie sind bereits hier. Wer ist da? Wo sind sie? Kommen Sie ins Licht, dann bringe ich sie heraus. Für einen kurzen Moment ist wieder Stille. Danach ertönt ein Schluchzen von einem der hinteren Regale und ein Kopf dringt aus dem Schatten hervor. Es ist eine Frau im mittleren Alter mit hellem, zerzaustem Haar. Es ist eindeutig. Sie sieht zwar mitgenommen aus, aber es handelt sich um Frau Bahain. Der Hautfleck war doch nur ein Wasserfleck. Wer, wer sind Sie? Sie haben ein Schwert. Können Sie kämpfen? Sie müssen uns helfen. Mein Name ist Noel. Noel, ich bin... Für einen kurzen Moment halte ich ein. Wer bin ich gerade? Bin ich ein Kämpfer? Ein Held? Warum sagen wir das alle? Ich verstehe es nicht. Ich bin hier, um Ihre Familie zu retten, Frau Bahain. Meine Familie? Sie stolpert auf mich zu und bricht kurz vor mir zusammen. Ich halte sie im letzten Moment fest und drücke sie vorsichtig an mich. Meine Rüstung ist hoffentlich nicht zu unbequem. Dann bitte ich euch. Rettet meine Kinder. Rettet meinen Mann. Sie sind verschüttet in den oberen Etagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie von ihnen gejagt werden. Von wem werden sie gejagt? Ihr wisst es nicht? Die Alpakale. Sie sind gekommen, um uns alle zu jagen. Die Vorboten des Unheils. Alpakale? Was ist das? Ihr scheint nicht von hier zu sein, oder? Alpakale sind Diener der Dämonen. Bösartige Kreaturen der Nacht. Sie führt ihre Erläuterung fort, aber ich verstehe ihre Begriffe nicht. Was sollen diese Wesen sein? Eine Art Tiere? Erneut stört ein Geräusch die Stille und die Erde fängt an zu beben. Frau Bahain zuckt in meinen Armen stark zusammen. Ich bleibe dieses Mal ruhig und drehe mich in Richtung Küche. Es ist nichts zu sehen. Sie sind hier. Ich kann fühlen, wie sie sich von meiner Angst ernähren. Ich darf mich nicht fürchten. Sie ernähren sich von ihrer Angst? Was sind das für Tiere? Ich habe von diesen Dämonen nie gelesen. Mein Geist verspürt momentan keine Angst. Er ist beherrscht von Verwirrung und offenen Fragen. Bitte, ihr müsst meine Familie retten. Ich werde hier warten. Sie hat recht. Für einen kurzen Moment denke ich an Anna. Sie wäre längst im oberen Stockwerk. Ich lächle in mich hinein und verliere keine weitere Zeit mehr. Ich entferne mich mit erhobenem Schwert aus der Kammer. Zurück in der Küche schaue ich mich zur Sicherheit um. Plötzlich passiert es. Ein Schatten huscht durch den Eingangsbereich. Für einen kurzen Moment sehe ich ihn. Wo ist er hin? Es war definitiv nicht der Schatten eines Menschen. Vier Beine. Hüft hoch mit einem Schwanz und einem Kopf. Er hatte Ähnlichkeit mit einem Wolf. Ich merke, wie mein Herz schneller schlägt. Ich muss mich beruhigen und einen kühlen Kopf bewahren. Während ich mich langsam zurück zum Eingang bewege, bete ich zu Selux. Oh Selux, ich bitte dich. Steh mir bei. Ich muss diese Familie aus diesem unheimlichen Haus befreien. Ein Gefühl der Wärme durchströmt mich. Ich schaffe das. Schließlich bin ich ein Held. Eine der verschütteten Stellen ist freigeräumt. Es ist eine unglaubliche Kraft notwendig, all diese Steine zu bewegen. Das ist nicht das Werk eines Wolfes. Der Weg führt über mehrere durcheinanderliegende Steine in das obere Stockwerk. Schritt für Schritt bahne ich mir einen Weg und hoffe, dass mein Gewicht keine weiteren Steine unter mir zum Einsturz bringt. Im oberen Stock ist der Boden aus Holz. Die Bretter sind älter und knarren durch den Flur. Ich halte einen kurzen Moment inne und horche in die Stille. Das Knarren ist nicht das Einzige, das ich wahrnehme. Ich höre einen Tapsen auf dem Boden. Es ist schnell und kommt aus einem der anderen Räume. Ich bin kampfbereit, auch wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Ich bin kampfbereit, ich bin kampfbereit. Vielen Dank.